Ja, herzlich willkommen zu diesem vierten Teil des EKG-Kurses, in dem wir uns anschauen werden, wie man die häufigste Herzrhythmusstörung im Erwachsenenalter, das Vorhofflimmern im EKG, erkennen kann. Viel Spaß! In den letzten Videos haben wir bereits gelernt, dass die P-Welle die Vorhoferregung darstellt. Zusätzlich haben wir uns die Kriterien für einen Sinusrhythmus angeschaut. Bei einem Sinusrhythmus müssen regelmäßige P-Wellen und konstante PP-Intervalle vorliegen. Zusätzlich sollte die P-Welle gleich konfiguriert sein. Auf jede P-Welle muss ein QRS-Komplex folgen. Im letzten Video haben wir uns bereits einige Pathologien angeschaut, bei denen kein Sinusrhythmus mehr vorliegt. Betrachten wir nun einmal die Pathogenese des Vorhofflimmerns und des Vorhofflatterns. Beim Vorhofflimmern kommt es zu einer unkoordinierten Erregungsausbreitung über die Vorhöfe. Hierbei spielen insbesondere Erregungszentren außerhalb des Sinusknotens und sogenannte Re-Encry-Kreisläufe eine entscheidende Rolle. In diesen Fällen wird der Rhythmus nicht mehr regelrecht vom Sinusknoten ausgebildet, sondern entsteht meistens in der Nähe der Lungenvenen im linken Vorhof. In der Folge kommt es zu kreisenden Erregungen auf Vorhofebene. Durch die ungeordnete Aktivität kommt es zu einer unregelmäßigen Kontraktion der Vorhöfe. Im EKG lässt sich somit keine regelrechte P-Welle mehr erkennen. Typisch für Vorhofflimmern sind unregelmäßige Flimmerwellen. Da die Erregungen durchgehend im Vorhof kreisen, sind diese Flimmerwellen über die gesamte EKG-Aktion verteilt. Die Flimmerwellen haben eine sehr hohe Frequenz, meistens über 300 pro Minute. Eine genaue Messung ist meistens nicht möglich. Da die Erregungsausbreitung ständig variiert, haben die Wellen eine wechselnde Form, Größe und Frequenz. Die Flimmerwellen sind im EKG am besten in den Ableitungen 2 und V1 erkennbar. Die Überleitung der Flimmerwellen vom Vorhof über den AV-Knoten auf die Kammern läuft ebenfalls unregelmäßig ab. Es kommt daher zu einer absoluten Arrhythmie der Kammern. Da die Erstellung des EKG-Kurses insgesamt sehr aufwendig war, bieten wir diesen auf unserer Website unter www.medi-no.org an. Exklusiv für unsere YouTube-Community haben wir einen Rabattcode EKGYOUTUBE erstellt, mit dem du 50% Rabatt erhältst. In dem EKG-Kurs kannst du die sichere und strukturierte EKG-Auswertung lernen. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Und am Ende noch ein kurzer Haftungsausschluss, denn uns ist wichtig, dass ihr wisst, dass diese Videos nur für Schulungszwecke konzipiert sind. Wir können leider keine Garantie und Haftung für die Inhalte übernehmen.